Herzlich Willkommen in Roten Klempno am Standort der Biobodengenossenschaft. Mein Name ist Tobias Till Keil. Ich werde euch einen kleinen Einblick geben, was wir in diesem Jahr im Weltacker Zukunft 2000 Quadratmeter erreicht haben. Die Biobodengenossenschaft sichert Flächen für Ökolandwirte bundesweit. Hier am Standort hat Bioboden im Weltacker 2017 initiiert. Seitdem ist hier als Dreh- und Angelpunkt wahnsinnig viel passiert. Und so auch in diesem Jahr. Durch Residenz Zukunft, das Stipendienprogramm, sind hier in diesem Jahr viele neue Bildungsstationen entstanden. Zum Beispiel hier über die Frage von wie wir mit Fleisch umgehen, beziehungsweise der Fleischkonsum in der Welt und Alternativen, wie wir hier vor Ort andere Lösungen hervorbringen. Dieser Ofen ist dieses Jahr auch neu dazugekommen. Er ist gemeinsam erbaut worden. Wie ihr seht hier aus Lehm und Stroh, alles vom Hof. Und hat uns wahnsinnig viele schöne Abende und Pizzaabende ermöglicht. Und wir haben in diesem Jahr auch Richtfest gefeiert. Mit unserem Weltackerhaus, nachhaltiger Bau, wo wir gemeinsam kochen wollen, Produkte entwickeln wollen, riechen, schmecken, diskutieren wollen, Seminare abhalten wollen und uns natürlich weiter den Zukunftsfragen zu stellen. Und damit ganz ganz herzliche Grüße aus Roten Klempno. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch hier vor Ort. Eine schöne Adventszeit. Tschüss aus dem wilden Nordosten Mecklenburg-Vorpommern.